Herzlich Willkommen meine Lieben zum Stadt des Lichts Vortrag oder zur Stadt des Lichts, weil dies ist ein für die Stadt des Lichts gedachter Vortrag, der dann vielleicht auch anderswo noch zu hören sein wird, aber ursprünglich nur für euch, in der Stadt des Lichts. Wir wollen heute mal den Unterschied zwischen Buddhismus und dem Buch des Lichts behandeln und mal sehen, ob da überhaupt ein Unterschied ist. Und wenn, ob er so gravierend ist, dass er überhaupt erwähnenswert ist. Aber es muss gemacht werden, weil ja die Frage immer wieder aufkommt und weil mit der ursprünglichen Lehre des Buddha so ein Schindluder getrieben wird und wurde. Und Gott sei Dank, wir auch unseren hochverehrten Mahatera Dr. Georg Grimm haben, der die Sache mal richtig gestellt hat. Aber es zieht sich auch, mein Lieben, durch das Buch des Lichts wie ein Faden der wahre Buddhismus. Ist das Buch des Lichts authentisch? Kann man mal die Frage stellen? Mit authentisch meinen wir, ist das die ursprüngliche Lehre? Wir sagen ja, ich sage ja. Wurde mir weitergegeben vom Maharajohan. Und ist sie identisch mit Buddhismus und Vedanta per se genau genommen nicht? Wir wollen mal sehen, was diese Aussage von mir bedeutet. Das Buch des Lichts hat ja nichts unbedingt mit einer Lebensweise oder so zu tun. Es wird angeboten. Es wird eigentlich gezeigt im Buch des Lichts, ein Gesetz, wie die Wesenheiten in Manifestationen kommen, wie das Universum entsteht. Es ist eigentlich mehr ein Wie-Buch. Wie ist das Ganze entstanden? Auch warum? Natürlich wird auch der Weg hinaus gezeigt. Es wird auch der Weg gezeigt, wie man zurückkommt. Aber der Buddhismus per se geht da mehr rein in Lebensweise. Wobei wir vom Buch des Lichts die Lebensweise denjenigen überlassen, die das Buch des Lichts lesen. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, wenn Sie das gelesen haben, der Konsequenz Ihrer Lebensweise, wozu Sie auch immer sich entscheiden. Es geht da um ein individuelles Bewusstsein auch. Und natürlich auch um eine Entwicklung hin zur Reinheit. Während der Buddhismus im Prinzip gesehen, vom höheren Aspekt eines geoffenbarten Buddha, esoterisch ist, in dem Sinne, dass er eben doch sehr auf die Lebensweise geht und auch leitet und hinweist, wie man nun leben sollte. Das machen wir im Buch des Lichts auch. Aber wir präsentieren eigentlich mehr den Vorgang selbst. Nachdem man sich dann richten kann, oder aus dem man lernen kann oder nicht. Wir haben die Lehre des Buddha ja, das muss man mal sagen, seit es Menschen gibt. Denn es waren immer von Zeit zu Zeit Offenbarungen, aber eben wohl unvollständig in dem Sinne. Und da entstand also der Buddhismus, Vedanta auch und alle anderen großen religiösen, philosophischen Bewegungen, die sind ja alle nach dem Buddhismus entstanden, sind wir doch mal ehrlich, genau genommen. Das Christentum und der Islam kamen ja nach dem Buddhismus, obwohl da schon vorherige Entwicklungen da waren, wie wir auch dem Buch des Lichts entnehmen. Wir können aber zugleich sagen, dass das Buch des Lichts identisch ist mit Bodha, esoterischer Offenbarung, okkulte Offenbarung, die, sagen wir mal, als Bewegung, wenn wir jetzt mal zur Theosophie kommen, in 1875, ihren Anfang nahm, aber schon weit vorher natürlich, ihre Wurzeln hatte aus Akasha und leider auch eben der Definition unterlag. Und da gab es ja früh schon Diskrepanzen in der Theosophischen Gesellschaft, die dann plötzlich da einen Menschen wollten, die sie anbeten konnten. Das war dann auch der Fall, oder fast der Fall, der Theosophischen Gesellschaft. Da muss man es mal vorsichtig ausdrücken, ja? Was ist das Buch des Lichts wirklich? Wollen wir uns mal einer Definition zuwenden, identisch, sagen wir mal, mit der Wurzel aller Religionen und Philosophien, auch mit der Wurzel des Buddhismus und Vedanta. Vorsicht und voller Ehrfurcht ausgesprochen, all das, was ich jetzt sage, mein Lieben. Wir können sagen, dass die Literatur des Buchs des Lichts zu all den anderen führte. Da sie bereits in Akasha natürlich vorhanden war, führte sie dann zu diesen anderen Disziplinen, Religionen und auch zum originalen Buddhismus. Es gibt natürlich viele, meine Lieben, welche die Authentizität, die Authentizität, Entschuldigung, die Authentizität des Buchs des Lichts in Frage stellen und sagen, dass das also alles wiederum nur eine Art Zweig ist, eine Lehre. Darauf, da können wir nicht mit einverstanden sein, wir sagen, ja bitte, kann natürlich die Meinung äußern, keine Frage, aber wer das Buch des Lichts liest, wird sehen, das ist nicht der Zweig, das ist der Stamm, das ist die Wurzel. Wenn wir die Lehren des traditionellen Buddhismus nehmen, dann haben wir als Lehrsatz von Anatman die Leugnung eines dauerhaften Selbst oder einer Seele, daraus schloss man, es gibt überhaupt kein Selbst. Ja, mein Gott, meine Lieben, wenn eine Monade zunächst einmal manifestiert oder in die Materie fällt, hat sie einen gewissen Bewusstseinsgrad, einen gewissen Stand, einen gewissen Status. Ja, wenn sie aber dann durch viele Inkarnationen gegangen ist, immer dieselbe Monade. Ist sie zwar immer noch dieselbe Monade, aber sie hat doch dazugelernt, jetzt daraus zu schließen, Entschuldigung, was die, was viele Buddhisten heute so missverstehen, dass Anatman heißt, es gibt überhaupt kein Selbst. Das ist nicht, das ist falsch. Es gibt kein dauerhaftes Selbst, das stimmt. Warum? Weil ja auch die Monade ständig dazulernen, immer und immer wieder, bis zur Entwicklung, zum Gottmenschen und so weiter. Da ist das Buch des Lesen natürlich sehr hilfreich, weil es, meine Lieben, schaut mal, die Lehre des Buddha zeigt nicht zwingend, wie sich nun die Monade vom Mineral zur Pflanze, zum Stein, also zum Tier und zum Menschen durch diese Reiche geht. Es deutet es an. Das Buch des Lesen geht detailliert in diesen Vorgang und sagt auch, es gibt keine Reinkarnation in ein Tier für einen Menschen. Es gibt aber, sehr wohl nach dem Tode, nach dem Tode, kann es sein, dass ein sehr tierhafter Mensch mit seiner Astralhülle, mit seinem Linga, Charira, sehr wohl in die Tierwelten reingezogen werden kann. Also, das ist möglich. Also, zu folgern, dass, weil der Buddha kein dauerhaftes Selbst gelehrt hat, es überhaupt kein Selbst gibt, ist natürlich eine Zerstörungsdefinition der Heilslehre des Buddha. Dieser Satz, dass es gar kein Selbst gibt, ist in vielen buddhistischen Schulen unglücklicherweise und natürlich auch beim Dalai Lama, der ja gar kein Buddhist ist, sondern ein Dalai Lama ist, können wir sagen, ist da verbreitet. Und, aus diesem Missverständnis, Missverständnis, Entschuldigung, von Anathman, ist nicht das Selbst, heißt es, kam plötzlich, es gibt kein Selbst. Schlimmeres kann man und konnte man dem Buddha nicht antun. Also, wir haben hier die grundlegende Lehre des Gotthamabuddha, die dahingehend, natürlich auch jetzt endlich von Maratera, Dr. Geo Grimm, aber von der Urlehre selbstverständlich richtiggestellt wird, dass es selbstverständlich ein Atman gibt, beziehungsweise wir sagen eine Monade, aber dieses Atman ist eben ein ständig lernende Monade und darum ist sie nicht dieselbe. Ja? Kann doch nicht sagen, nur weil ein Kind in der Schule durch die erste, zweite, dritte, vierte Klasse geht, ist es dann nicht mehr dieselbe Person. Das hat sich verändert, sie ist sogar gewachsen, sie ist sogar größer geworden, älter geworden, aber ich kann doch nicht sagen, es gibt gar keins. Ist ja völlig unsinnig, ja? Es gibt keinen Lernenden dann zu sagen. Das ist die unsinnige Definition der des heutigen Buddhismus ganz klar gestellt im Buch des Lichts und natürlich auch von Mahathira Dr. Georg Krim. Das ist eben dann diese, was der Buddhismus, der wahre Buddhismus mit dem Buch des Lichts wiederum gemeinsam hat. Wir haben die Definition der buddhistischen Lehre als Nastikata oder nicht theistisch. Was bedeutet das, meine Lieben? Diese buddhistische Lehre sagt, es gibt als höchstes nur eine unpersönliche Soheit sozusagen. Das ist ein Ausdruck der Shunyata Schule vom Mahayana. Wir stimmen im Buch des Lichts dazu, indem wir sagen, die letzte Wurzel, das höchste Wesen ist ein Urgrund, eine Urgrundsituation, ein zeitlos, ewiges, grenzenloses, allgegenwärtiges, unveränderliches Prinzip und diesem unveränderlichen Prinzip entspringen periodisch Manvantara und dann zur Ruhe gehend Pralaya die sich verändernden Wesenheiten, weil sie ja lernen und von Verlangen erfüllt sind nach der vergänglichen Welt und nach der Materie. Sturz in die Tiefe findet statt. Aber der normale Buddhismus, sage ich mal, der missverstandene, der sagt ja auch, übermenschliche Existenzen gibt es so gar nicht, das ist alles Quatsch, sondern es gibt also das Leben und dann gibt es sogar manche buddhistische Schulen, die sagen, es gibt keine Reinkarnation. Hier wird der Buddha mehr und mehr beleidigt, selbstverständlich, es gibt gar nichts anderes als Reinkarnation. Wir sagen, es gibt den Urgrund alle Wesenheiten und die Materie und die interagieren und über allem schwebt das Gesetz der Resonanz. Ursache und Wirkung. Ja, meine Lieben, wenn alles, was ich tue, keine Konsequenz hat, dann kann ich doch machen, was ich will, ist doch schön. Und wenn es dann auch nur ein Leben gibt, nur eins, angenommen, wie soll ich denn da als Vater oder Mutter oder als ein Lehrer oder Weitergeber die Leute dazu auffordern, Gutes zu tun, die sagen dann, Entschuldigung, habt ihr nur ein Leben? Es ist ja dieses Wort YOLO, you only live once, dieses Unwort der Jugend. Ja, if you only live once, du lebst nur einmal, ja, dann könnte man machen, was er wollte. Danach ist ja vorbei. Warum soll ich jemandem helfen? Warum soll ich gut zu jemandem sein? Warum soll ich dann nicht total egoistisch sein und so schlimm sein, wie ich möchte? Danach ist doch vorbei. Überlegt mal, meine Lieben, diese schlimme darwinistische, atheistische Lehre, was die alles geschaffen hat und dann YOLO noch, also ich sage, das ist ein schwarzmagisches Wort, YOLO, du lebst nur einmal. Wenn dem so ist, können wir hier den Vortrag abbrechen, man könnte dann nur noch höchstens zeigen, den bösen Menschen, wie viel böse sie tun könnten, mit welcher Variante, ja, und den Guten meinetwegen auch, wie viel Gutes, aber es macht alles keinen Sinn mehr, weil es ja danach sowieso aus, warum soll ich mich um meine Nachkommen kümmern oder um meine Kinder und Enkel, was ist mir denn das, wenn ich danach weg bin, was soll denn das? Und die sind auch weg danach, wenn dem so ist, vielleicht werden die meine Arbeit gar nicht honorieren, wenn sie sagen, was will denn der? Wir leben, wie wir wollen. die Lehre des Buchs des Lichts lehrt aber explizit eine ganze Hierarchie von übermenschlichen Existenzen, ja, einige sind transnirvanisch, das heißt, das heißt, sie könnten Nirvana nehmen, entsagen ihm aber und dienen uns, also, das ist dann dieser Zustand, der Nirvana frei von allem verlangen, ist dann ein Entschluss von denen, kann man sagen, anderen zu helfen, frei von allem verlangen zu werden oder, oder, glücklich geboren zu werden, glücklich zu leben und glücklich wieder zu sterben. Ja, der Buddhismus aber, wenn ich mal Swabhava Vasunyata nehme, also das heißt, alle Dinge sind leer, sind wesenlos, da ist wieder das Problem, das hat der wirkliche Buddha gar nicht gelehrt. Die Materie per se, da kann man sagen, sie ist wesenlos, sie ist nur da und wird aktiviert und belebt von den Monaden, befeuert, wenn man so will, ja, es entsteht ja als erstes ein Feuer, ein drehendes Feuer, eine Feuersphäre, wenn die Monade zum ersten Mal die Mola Prakriti, die Ur-Materie berührt, ja, aber, wisst ihr, was das Problem ist? Wenn ich dann sage, ich sehe einen Menschen, der ist, und sage dem, der ist wesenlos, dann sage ich damit auch, da ist gar keine Monade, die dort durch den Körper agiert, ja, dann ist wieder YOLO angesagt, ja, wenn der Mensch ein wesenloses Wesen ist, oder, wenn man den Körper sieht, als das ist der Mensch und der ist wesenlos, das macht ja gar keinen Sinn, dann hat er nichts, dann ist nichts, was reinkarniert, denn der Körper geht ja zu Bruch, also man überlege sich das, dass also, wenn man sagt, alle Dinge sind leer, muss man aufpassen, was meint man damit, dass es kein Selbst gibt, keine Monade, das ist eine, also eine, eine ganz schlimme Vernichtungslehre, die auch der Buddha selbst übrigens ablehnt. Das Buch des Lichts lehrt eine Geheimlehre, auch des Buddha, die der einigen Mönchen, die daran interessiert waren, gelehrt hat. Andererseits ist dies wiederum nur möglich auf dem Wege der Einweihung, deren erste Stufe wir hier gerade durchlaufen, nämlich durch Studium. und natürlich dann durch Anwendung des Loslösungsprozesses und da wissen wir ja dann von uns selbst, wie oft wir fallen und wieder aufstehen. Man sagt, der Buddha hatte keine esoterische Lehre, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Der Buddha hatte eine Geheimlehre, die der des Buds des Lichts gleich, das lernen wir, gut, bitte. Man stellt die Integrität auch von hohen Wesenheiten wie Blavatsky in Frage und auch der Meister selbst. Ja, das wird also auch von vielen gemacht. Man sagt, das sind Kartentricks, das sind Phänomene. Ja, das stimmt auch, das waren keine Kartentricks, aber die Meister haben Blavatsky gewarnt, sie soll keine Sachen da machen, dass Blumen von der Decke fallen, indem sie Akasha oder Äther verdichtet und so Sachen, das soll sie alles nicht machen, das schadet der Lehre. Das stimmt. Ja? Wir haben im Buch des Lichts Terminus Nermanakaya, Bodhisattva, die Bodhisattvas, meine Lieben, wirken auf der Astralebene, so lehren wir. Ja? Ein Nermanakaya, kann man sagen, ist ein verkörperter Bodhisattva. Ja? Das Buch des Lichts ist eine okkulte Lehre, ja, die im Detail berichtet, wie das Universum erscheint, wie es sich manifestiert und wie es wieder verschwindet. All dies getrieben von Verlangen, geleitet vom großen kosmischen Atem, ausatmen 311 Billionen 40 Milliarden Jahre und einatmen in dem Sinne von zur Ruhe kommen, denn ihr wisst ja von der Bibel, nach sieben Tage lang erschuf Gott die Welt oder meinetwegen sechs, die Zahlen variieren übrigens auch esoterisch, wenn man sie analysieren würde und jeder Tag ist stellvertretend für Weltenperioden, aber sogar der liebe Gott sagt, man muss ruhen, nicht nur der, sondern alle Wesenheiten in der Manifestation, nicht nur die zuerst erscheinende Supermonade, alles muss ruhen. Warum? Na, weil es ganz schön anstrengend ist, sich in der Materie zu beweisen als Wesen, das an für sich keine materielle Substanz hat, das müsst ihr mal bedenken. Die Monade ist materienlos, ja, also die ist, die kann man nicht definieren als etwas, das eine Ausdehnung hat, man denke mal darüber nach, meine Lieben, und so etwas kommt dann in die Materie. In dicht ist das Mula Prakriti so gesehen, ja, und da beginnt der Kampf des Hohen gegen das Tiefen oder des Geistigen gegen das Materielle. Und das Geistige will sich ja, will zwar seinen Durst nach der Materie bewriedigen, ja, aber eigentlich, es selber vielleicht manchmal noch gar nicht wissend, mit dem Bedürfnis, mit dem Verlangen, eine Göttlichkeit in der Materie zu manifestieren und die Materie in den Griff zu bekommen, ja, das bedeutet, Emotionen, Gedanken, Gefühle, Aktivitäten und so weiter. Der Buddhismus ist eine kontemplative, kann man sagen, eine meditative Lehre, ja, zeigt uns der Buddha eigentlich, dass wir in der täglichen Meditation alles erkennbarer als nicht das Selbst ansehen und, was wenigsten Buddhisten verstanden haben, natürlich ist auch Nirvana nicht das Selbst, nur es unterliegt keiner Veränderung, es hat Urgrund Kapazität und Eigenschaft, während die uns umgebende Materie inklusive des eigenen Körpers und wir brauchen nur das Wetter anzuschauen und die ganze Welt selbstverständlich einer ständigen Veränderung unterliegt und wie der erhabene Buddha dann so sagt und natürlich auch im Buch des Liebes bestätigt wird, irgendwann einmal wird das Wasser Finger hochstehen und irgendwann wird die ganze Erde ausgetrocknet sein und dann hat sich das Ganze und dann beginnt eine neue Runde planetenkettenmäßig und so weiter, wo holt es die Energie her? Durch die Monaden und Urmaterie benutzend, Mula Prakriti ständig präsent bis zum relativen Ende zum Beispiel dieser Weltenperiode in etwa 150 Billionen Jahren habe ich vorhin aus Versehen vielleicht gesagt 311 Trillionen da meinte ich dann die amerikanische Version weil der Amerikaner sagt ja Trillion zu unserer Billion also ein Weltzeitalter Manwantara sagen wir hat 311 Billionen 40 Milliarden Jahre und das Buch des Licht ist wenn man so will aktivistisch meine Lieben es beschreibt ja eine Situation der Aktivität während der Buddhismus eigentlich sich nur weit nur so weit damit befasst dass er sagt wie können wir uns am besten davon lösen das ist ein kleiner Unterschied ja aber in Essenz nicht jetzt muss man mal auch muss man was zu Blavatsky sagen ja man sagt sie war eine Schwindel ran das ist ein ernster Vorwurf wenn man die Geheimlehre liest dann weiß man das kann kein Schwindel sein das ist jenseits von Utopie das ist jenseits von Gelehrsamkeit und Intelligenz und weil das Buch des Lichts so doch sehr kompliziert geschrieben war ist es mir erlaubt worden das Buch das Buch des Lichts zu präsentieren als verständige Version der Geheimlehre wenn man so will mehr kann ich nicht anbieten das ist das und ich hab's in Englisch und jetzt geht's los wir veröffentlichen die englischen Bücher dank Nila erkannte Agni und viele andere von euch Yamuna und so weiter Patito Degshita und so weiter ja warum sollte Blabatsky betrogen haben muss mal darauf zu sprechen kommen ja die Arbeit die da sagen wir mal verbunden war mit der Geheimlehre ist ungeheuer gewaltig ja warum sollte die einen Betrug begehen hat ihr gar keinen handfesten weltlichen Vorteil gebracht im Gegenteil es war Armut Arbeit in Armut hat die gemacht und Schmerzen physische Schmerzen auch ja und emotional war sie auch nicht ganz stabil feindliche Kritik Verleubendung überall umgeben ja und dennoch war sie eine Frau von Mitgefühl und hat allen immer geholfen und ist natürlich auch oft in die Falle getappt von Menschen die vorgegeben haben ihr zu helfen und hintenrum das Messer sozusagen der Verleumdung in den Rücken gestochen haben schaut euch mal den Stand der westlichen Naturwissenschaften an zur Zeit der Veröffentlichung der Geheimlehre und dann schaut euch einen Vortrag an in der Physik als die Physik vom 20. Jahrhundert bereits grundlegend ausgearbeitet war die Geheimlehre hat ja Einwände gegen wissenschaftliche Vorstellungen erhoben und gegenseitige Sichtweisen vorgeschlagen aber basierend auf die uralte Lehre ja und natürlich wurde sie dafür eben angefeindet wenn ich mich an einen Mahatma Brief erinnere ich glaube es war der Zehnte da schreibt der Meister ebenso wie wir mit Verachtung die theistische Theorie zurückweisen also das ist da muss ich nochmal sagen dazu dass es also einen allmächtigen Schöpfergott gibt der die ganze Zeit allein war und dann sagt jetzt will ich mal was erschaffen der sowas gibt es nicht also nochmal einen Gott der die ganze Zeit allein war einen perfekten vollkommenen Gott und dann sagt jetzt will ich mal diese Welt erschaffen mit allem darin und erschafft diese verrückte Welt und beschuldigt dann die Welt verrückt zu sein also eine größere Gotteslästerung meine Lieben kann ich mir nicht vorstellen und darum lehnt das Buch des Lichts oder lehnt das Buch des Lichts diese theistische Theorie also ab und sagt das stimmt nicht wir sagen auch keine wir sind übrigens auch nicht für eine Automatentheorie so nenne ich es jetzt mal weil die medizinische Wissenschaft und so weiter lehrte dass Bewusstseinszustände durch die Anordnung der Moleküle des Gehirns erzeugt werden ja das stimmt nicht das sind Wirkungen keine Ursachen Bewusstseinszustände werden durch die Monade selbst erzeugt und ihren Stand des Bewusstseins dahingehend dirigiert sie den Körper positiv oder negativ ja und wir sagen auch nicht Bewusstsein entsteht durch Bewegung durch molekulare Bewegung ja was sagen wir dann nun ganz einfach Buch des Lichts lehrt auch das Mula Prakriti oder gibt es noch einen anderen Begriff Phlogiston manche Naturphilosophen nennen das also die Essenz das ist eine Essenzenergie das ist also die Einwirkung eines Körpers auf den anderen pulsieren der trägen Masse aber bewirkt durch den kosmischen Atem und durch die in die Materie fallenden Monaden also Formen oder Bewegung ohne Monade geht nicht wenn die Monade in die Materie fällt entsteht sofort eine kreisförmige Bewegung zum Beispiel bei der Entstehung des Universums da ist als erstes ein wenn man der Augen hätte astrale Augen ein riesen Feuer aber es ist nicht so wie das Feuer hier sondern es ist ein Akasha Feuer ein ätherisches Feuer es ist ein riesen energetische Struktur in kreisförmiger Form ja und daraus aus diesen Unterabteilungen wenn man so will von Mula Prakriti sind auch die Körper der Planetengeister gebildet denn das Buch des Lichts lehrt eben dass der Planet der physische Körper eines Planetenengels ist ja und da kommt oft der Name Phlogiston auch wir sagen Mula Prakriti wir sagen Unterabteilung Akasha und so weiter ja Urmaterie in unterschiedlicher Schwingung im höchsten siebten Zustand kann man sagen ist das der Stoff aus welchem die Körper der reinsten Duhans bestehen in der niedrigsten Form ist das die Hülle der Planetengeister erste oder niedrigsten oder niedrigeren Grades meine lieben ja so ist das in ihrer Uressenz oder in ihrer höchsten Manifestation sind die Dian Chohans natürlich so hochgeistig so hochfeinstofflich dass wir sie hier gar nicht wahrnehmen können höher als die Devas und so weiter ein Macho Hahn kann diesen Zustand haben wenn er es denn so will er kann aber auch sich durch einen menschlichen Körper uns mitteilen ich nehme mal ein Beispiel nehmen wir ein Siliziumatom Sauerstoffatom es kann immer noch in etwas anderes geteilt werden ich muss nur noch einige Elektronen einige Strukturen wegnehmen schon dann habe ich was anderes das ist so weil es an sich nur ein Element gibt und wenn in der Schule die Elemententafel geleert wird dann ist das richtig aber das ist eigentlich nur bestehend aus einem einzigen Element ja und diese Körper wenn wir sagen elementare Atome das sind ja auch wieder nur zusammengesetzte Dinge der Buddha sagt es alle Zusammensetzungen sind vergänglich suche das Todlose ja und die sind alle eben aus noch feineren noch feinsten Gottesfunken kann man sagen strukturiert welche dann in ihrer Struktur alle gleich sind und die Elemente entstehen nur durch unterschiedliche Schwingungen der entsprechenden Monaden die in diese Materie sich kleiden meine Lieben es gab hier einen gewissen Georg Ernst Stahl das muss man halt sagen der lebte im 17. Jahrhundert der hat diese Theorie schon mal angedeutet ohne eigentlich was gewusst zu haben von Okkultismus in dem Sinne die Phlogiston Theorie in Wirklichkeit meint der Mula Prakriti eine Unterabteilung das wusste er aber nicht ja und da hat man sich das so vorgestellt als Stoff des Feuers in Verbindung mit anderen Körpern ja aber was man wissen muss ist einfach alles was wir wahrnehmen sind ist einfach Urmaterie in unterschiedlicher Schwingung oder dann kann man sagen Bewusstseinszustände der lernenden Monade wo kann man das nennen ja und dann hat man ja Atom gesagt nicht wahr und meinte es ist etwas nicht teilbares aber Blavatsky hatte ganz schnell war die erste Frau die gesagt hat das Atom ist teilbar da haben die alle gelacht kein Wunder dass die Lieblingslektüre unseres Einstein naja da kann man verschiedener Meinung sein aber die war natürlich die Geheimlehre ja Blavatsky hat gesagt das Atom ist teilbar und ihr müsst es Tom nennen und haben es alle gelacht die gehört aber die gehört aber jetzt wirklich eingeliefert aber recht hat sie gehabt Atom kommt von Atomos griechischen heißt unteilbar nicht teilbar und diesen Namen gibt man heute noch einem Teilchen von dem man weiß dass es teilbar ist man schaut sich nur mal eine Atombomben Explosion an meine Lieben eine Keppner Reaktion dann weiß man Bescheid ja wenn wir also das wissen dass in der letzten Aufteilung dann eben Mula-Prakriti wiederkommt eine Atombomben Explosion teilt sich das Ganze in so gewaltiger Weise auf dass wieder reines Mula-Prakriti da ist da könnte man sagen Phlogiston was die so unter Phlogiston verstehen ja Urmaterielles Vril man kann auch sagen das waren die die Essenz des Heiligen Grals und so weiter und so weiter frühe atlantische Magier haben damit gespielt und die Quittung zahlen wir heute noch meine Lieben ja also es gibt eine Annäherung der Lehren des Buchs des Lichts und der westlichen Naturwissenschaft ganz klar wobei die Naturwissenschaft sich eigentlich unserer Lehre annähert wir sehen dass jedes Mal entstehen irgendwelche Thesen die sich alle fünf Minuten ändern man macht nichts solange wir die Forschungsgelder bezahlen die aber immer näher an die Lehre des Buchs des Lichts hingehen ja ich erinnere mich 1882 wurde das Alter der Erde auf weniger als 200 Milliarden auf 200 Millionen Jahre geschätzt ja jetzt muss man natürlich wissen was für eine Erde eine feste eine flüssige eine gasförmige ätherische denn wir wissen meine Lieben das Buch des Lichts lehrt dass vor der flüssigen vor der festen Evolution es eine feinstoffliche gab nun hat auch der Buddha gelehrt Teile dieser Dinge einigen wir haben es wieder gesagt eine Geheimlehre einigen Mönchen die dafür empfänglich waren ja für die Loslösung ist das nicht erforderlich für die Loslösung müssen wir nicht mal wissen ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel das ist unwichtig meine Lieben und nun nähert sich zum Beispiel und das wurde auch im Buddhismus sieht mal da hat der Buddha keine direkten Zahlen genannt aber er hat ganz klar gesagt dass das Universum und hat Beispiele gegeben die also darauf hindeuteten dass das Universum Billionen von Jahren alt ist ja also im 19. Jahrhundert hat man das noch so auf 200 Millionen Jahre geschätzt Millionen Jahre und dann hat man am Ende des 19. Jahrhunderts bis auf 40 Millionen Jahre das Ganze gekürzt wo vor 18 Millionen Jahren bereits die Menschheit war in geteilter Form Lodertas Buch des Lichts vor 200 Millionen Jahren haben wir existiert aber eben wie man sagt als Puddingbeutel und wenn man das jemandem sagt der noch nie davon gehört hat dann geht das Gelächter natürlich groß aber uns stört das ja nicht meine Lieben ja in 1887 wird in einem Tirukanda Panchanga ich verweise darauf hin im Buch des Lichts Kalender die Evolution des Sonnensystems bis 1887 so genau sind die mit eine Milliarde 955 Millionen 884 687 Jahren angegeben ja wir wissen dass das Buch des Lichts die Gesamtdauer der Erdrevolution mit 4 Milliarden 320 Millionen Jahren angibt ja so meine Lieben wie dem auch sei wie dem auch sei die Zahlen sind auf jeden Fall andere als jemand der an die Bibel glaubt und sagt vor 6000 Jahren hat Gott die Welt erschaffen da gibt es dann tatsächlich Wissenschaftler und das ist mal wichtig zu wissen die bereits erkennen dass das was an den Universitäten falsch ist die jetzt aber das Kind mit dem Bart ausschütten und sagen dann stimmt sicherlich die Bibel und dann sagen sie ich habe mich geirrt ich habe umsonst studiert umsonst gelehrt die Welt wurde vor 6000 Jahren erschaffen wunderbar alles klar naja jeder darf ja denken was er will wir haben ja Gedankenfreiheit und Freiheit der Meinungsäußerung ja natürlich ist die Sache die wie sie sich im Buch des Lichts darstellt und wenn man die Bibel sogar richtig liest dann weiß man für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag na da können wir jetzt mal umrechnen was da in 7 Tagen in 7 Tagen ja wie viel sich da schon mal zusammenrechnet wenn wir das mal allgemein nehmen da kommen schon mehr als 6000 Jahre raus ja meine Lieben also 1000 Jahre sind wie ein Tag ja und da hätten wir dann in 7 Tagen 7000 Jahre und wenn man aber genau die okkulte Definition sieht mit den hebräischen Buchstaben dann sieht man dass da eine andere Einteilung noch gemeint war und aus diesem Irrtum dass die sagten 1000 Jahre sind wie ein Tag haben die gesagt ja 7 Tage sind oder 6 Tage sind 6.000 Jahre 7. Tag ist Ruhe da haben wir es schon ja in Wirklichkeit ist die Sache natürlich die dass mit 7 Tagen keine 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 Wochentage gemeint waren sondern Weltenperioden so lehrt das Buch des Lichts meine Lieben ja zum Beispiel Sir James Jeans hat also das Alter der Erde mehr in die Richtung des Buddhismus gebracht Größenordnung von 2 Milliarden Jahren das stimmt auch vor etwa 2 Milliarden Jahren entstand die Erdkette ja der hat als Beweis etwas genommen mal aus der Wissenschaft der hat das Alter einer Probe Uranärz man kann das Alter einer Probe Uranärz dadurch berechnen dass man das Verhältnis von Uran zu Blei in der Probe bestimmt weil ja die Zerfallsrate Zerfallsrate meine Lieben von Uran zu Blei bekannt ist und da ergibt sich dann die oben genannte Zahl aus den Uranproben welche aus den ältesten bekanntesten oder bekannten Felsgesteinen stammen wiederum wichtig zu wissen dass vor der physischen Evolution eine feinstofflich war und der Buddha beschreibt das auch aber eben nicht so explizit sondern mehr als Gleichnis er beschreibt die Wesen wie sie zunächst einmal in ätherischer feinstofflichster Ebene leben und es ihnen schmeckt und sie immer mehr davon nehmen wie schmeckt das und ihr Verlangen danach verdichtet automatisch auch die materielle Struktur Ehre seit dem Buch des Lichts meine Lieben ist natürlich ein Vorgang den man nur begreifen kann wenn man sich wirklich intensiv mit der Lehre befasst die heutige Wissenschaft ist ja überzeugt dass die Quelle zum Beispiel der Sonnenenergie nicht die Schrumpfung oder die Verbrennung ist sondern die Strahlung aus dem Inneren des Atoms kommt ausreichend um sie für mehr als zwei Milliarden Jahre bereitzustellen naja die Sonne das muss man jetzt auch wieder sehen die Wissenschaftler stellen die Lebenszeit der Sonne gleich mit der der Erde sagen wir das stimmt nicht Sonnensystem das hält viel viel länger ja und die Lebensdauer eines Planeten im Sonnensystem eines einzigen Planeten einer Kette ist eben so und so lange aber es sind mehrere Ketten das Sonnensystem reicht darüber hinaus naja und so gleicht sich die Wissenschaft hat sich immer schon mehr und mehr angeglichen an die Lehre des Buches des Lichts und gleicht sich an der Mensch stammt nicht vom Affen ab sondern der Affe vom Menschen es gibt mehr und mehr Anthropologen die ganz schüchtern und vorsichtig aus der Ecke hervorkommen und sagen naja naja der Darwin hat ja auch gesagt irgendein Urahne des Menschen muss Androgyn gewesen sein richtig Darwin bravo aber er hat sich nicht ganz so getraut und hat sich in seiner Affen Entstehungstheorie geflohen wenn wir wissen dass durch die embryonale Rekapitulationslehre die ja auch an Universitäten gelehrt wird ganz klar zu sehen ist dass im Embryo keine affenmäßige Entwicklung stattfindet das müsste ja dann sein weil ja die neun Monate sozusagen Millionen von Jahren schnell durchlauf sind der menschlichen Evolution so lehrt man an den Universitäten ja auch wiederum etwas verschämt weil man plötzlich dadurch auf die Idee kommen könnte der Affe stammt vom Menschen ab ja und das darf ja nicht sein es darf ja nicht sein oder es kann nicht sein was nicht sein darf meine Lieben ja das Buch des Lichts hat natürlich viele viele Kritiker und man muss man kann diese Angriffe in Ruhe beantworten dazu muss man sich aber mit der Lehre befassen man hat ja auch zu Blavatsky gesagt sie werden dich zerreißen wenn du deine Sache verkündest ja schauen wir uns mal an die anatmische Lehre also Anatma oder Anatta das ist ja so grundlegend im gesamten Buddhismus wir sind ja hierbei auch beim Vergleich vom Buddhismus und Buch des Lichts und das ist ein entscheidendes Lehrprinzip dieser Lehre Anatma ja es scheint nur so als ob das Buch des Lichts nicht darüber eine Meinung wäre ja weil wir eben die Aktivität der Monade so betonen und den Anhaftungsprozess beschreiben und so weiter während der Buddha mehr auf Loslösung geht was ja auch verständlich ist ja natürlich beschreibt der Buddhismus auch wie wir wiederkommen können aber er beschreibt die ganze Struktur nicht so ja fast neutral wie die Welt entsteht und wieder vergeht sondern Buddhismus ist ganz klar und völlig zu Recht in dem Falle auf Loslösung ausgerichtet ja wenn wir uns das Leben des Gott und der Buddha anschauen dann hat er nur eins gewollt die Menschheit vom Leiden zu erlösen und das hat er mit Gurus gesucht ganz klar und die haben ihn Karma und Reinkarnation gelehrt also das Gesetz und die Lehre eines Atman ja das sie aber wahrscheinlich so gelehrt haben dass der Buddha gesagt hat so eins gibt nicht da hat er recht eines sozusagen ständigen Atman einer ständigen Wesenheit die sich nicht verändert das stimmt nicht die frische Monade die aus dem Urgrund kommt nehmen wir mal so eine die noch nichts erlebt hat die wird zum verlorenen Sohn die geht durch alle Ebenen Mineral Pflanze Tier Mensch ätherisch fester werdend physisch und wieder sich auflösend und wieder hoch zum Urgrund wenn sie dann den Urgrund wieder betritt ist sie nicht mehr dieselbe als wie sie ihn verlassen hatte meine Lieben denn sie hat ja dazugelernt aber es ist die gleiche Monade ja so muss man das sehen und der Buddha hat natürlich dann dem Guru gefolgt und hat gesagt hm du lehrst einen unveränderlichen Atmen das kann ich so nicht sehen und hat also dann auch das ganz wichtig das wissen die wenigsten der Guru des Buddha hat ihn sehr hoch gebracht oder sehr nach innen nämlich bis hoch zu Brahman bis zur Supermonade diesen Loslösungsprozess hat der Buddha erlebt und jetzt kommt die Genialität des Buddha da hat gesagt da ist noch mehr da sagt der Guru was meinst du wo das herkommt sagt er das will ich und dann ist er irgendwann einmal hat er an einem schönen Ort war er dort im Wald ein Flüsselein ein Bächlein war und es war eine Stille und ein Frieden sagt er jetzt werde ich es erlauben hat sich hingesetzt hat sich vertieft den Loslösungsprozess bis hoch zum Atmen und das hat er auch losgelassen Sanya Vedahitani Rodha Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung und dann hat er auch nicht mehr ich sagen können in Nirvana sagt man nicht mehr ich ich kann man nur sagen wenn man in der vergänglichen Welt ist dann benutzt man ja wieder das Vehikel um zu sprechen und sagt ich mach dies mach das ja er ist also in diese Lehren eingedrungen der Buddha und er hat erkannt da fehlt noch was da ist etwas noch unvollkommen und darum hat er unzufrieden seinen Guru verlassen muss man sagen ja und um das zu verstehen ist wahrscheinlich für die wenigsten ja die meisten werden wiederkommen man lieben dem Buddha war das egal ob alle Menschen erlöst werden oder nicht er hat nur gesagt das ist die die Möglichkeit Nirvana der Urgrund Freiheit von allem verlangen Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung ja wie kann ich denn noch sein wenn ich nicht mehr wahrnehme und empfinde das ist übrigens Tiefschlafzustand ja ja man versuche es in der Meditation man wird sehen dass die Möglichkeit besteht dass man da hinein ist und wieder raus geht in vorwärts und rückwärts gegen der Bewegung sagt der Erhabene ja ist es mir gelungen das Unzerstörbare das Todlose zu finden meine Lieben ist das nicht etwas Großartiges das Buch des Lichts lehrt ihr den Urgrund sowieso da kommt ja alles her und geht alles wieder zurück einen kosmischen Schoß also wenn schon dann Feminum irgendwie ja das ist der Grund warum Buddha gesagt hat Anatman das ist nicht das Selbst alles Erkennbare ist nicht das Selbst und er hat gesagt es gibt kein stetiges ständiges Selbst denn auch das Selbst lernt wenn es kein Selbst geben würde hätte er es gesagt er hat nur gesagt alles Erkennbare ist nicht das Selbst großer Unterschied also das ist der zentrale Kern der Lehre des Buddha und der Shakyamuni hat das dann auch selbst gelehrt und weitergegeben und geahnt meine Lieben dass das nicht lange halten wird nicht lange aneinander wird meine Lehre rein bleiben und erhalten bleiben können 500 Jahre Recht hat er gehabt aber wir sind da wir und Mahatera Dr. Georg Grimm in dem Falle vom Buddhismus auch die Lehre wiedererweckt ja und die unseligen Buddhisten haben gesagt aha es gibt kein Selbst also ist der Mensch die Persönlichkeit stellt euch mal diese Perversion vor er besteht aus Rupa Vedana Sankara Vijnana also aus Körper aus Empfindung Wahrnehmung aus Vorstellungskraft Vernunft aus mentale Qualitäten wie Liebe Hass und so weiter aus Bewusstsein beziehungsweise Selbstbewusstsein ja aber das alles lehrt der erhabene Buddha der wahre Buddhismus und natürlich auch das Buch das Licht sind vergängliche Hüllen von denen man sich lösen kann wenn man möchte man kann auch wieder in die inkarnieren wenn man möchte da muss man sich eben entsprechend verhalten ja man wird sowieso in die reinkarnieren wer kein Nirvana will wird immer wieder kommen ob er will oder nicht denn er will ja kein Nirvana das heißt angezogen von Liebe und Hass von Ablehnung und Zuneigung wird er dann entsprechend wiederkommen leben und sterben ja also den Organismus haben die für das Selbst genommen Schlimmeres kann man nicht tun denn es ist ein Organismus von unterscheidbaren selbstexistierenden Teilen alle Zusammensetzungen sind leidvoll sagt der habende Buddha und die sind in einem ständigen Zustand ständigen Wechsels ja immer in einer Wechselwirkung die verursacht wird durch die anhaftende Monade und genau das meine Lieben und da kann man sagen da deckt sich die Lehre des wahren Buddhismus mit dem Buddha des Lichts genau Rupa der Körper oder Vedana Empfindung oder Sankhnya Vorstellungskraft oder Sankhara also menschliche Qualitäten oder das Vijnana das Bewusstsein genau das ist der Mensch nicht das war die erhabene großartige gewaltige Lehre des Buddha all das sind vergängliche Beilegungen es gibt die Möglichkeit sich davon zu befreien Ehre sei dem Buch des Lichts Ehre sei dem erhabenen Tathagata dem dahingehenden oder dahingegangenen in den Urgrund der wenn er natürlich sich dafür entscheiden könnte sicherlich zurückkehren wird und weiter lehren und helfen und alles positiv beeinflussen wird es besteht es besteht eine also man man will und das ist verständlich im Buddhismus da ist man schon am richtigen Weg den Atmen nicht beschreiben also die Wesenheit selbst die kann man auch nicht beschreiben nicht mal die Wesenheit selbst kann sich beschreiben meine Lieben denn durch den Erkenntnisvorgang ist die Wahrheit nicht zu finden weil es ja weil jeder Erkenntnisvorgang vom Erkennenden zum Erkannten geht also erkenne ich doch immer was ich nicht bin und wenn es der Veränderung unterliegt bin ich schon gar nicht ja und von daher gesehen ist die Vorstellung des Atmen im Sinne jetzt eines beständigen einer beständigen substanziellen Wesenheit ist nicht das stimmt aber sie ganz zu leugnen das ist dieses Kind mit dem Bade ausschütten Mentalität ja das geht nicht mein Lieben also schauen wir weiter ihr Lieben von der Stadt des Lichts für die speziell dieser Vortrag gehalten wird das Buch des Lichts und Buddhismus wenn wir den Brahmanismus anschauen dann wissen wir ja bereits vom Buch des Lichts dass das höchste für die Brahmanen die Vereinigung mit Brahman ist wir sagen der Gott der Kirche vielleicht die erste geistige Hervorbringung Emanation die erste Monade die Supermonade welchen Namen man da auch geben will das ganze funktioniert ja in hierarchischer Reihenfolge wenn wir das jetzt als Weltauffassung da nehmen dann müssen wir sehen dass der Buddha auch per se keinen Brahmanismus gelehrt hat sondern eben noch eine Stufe darüber hinaus oder hinweg jenseits der Supermonade nämlich den Urgrund das Sein und die Vereinigung im Urgrund ich wage zu behaupten in der Meditation kann jede Krankheit geheilt werden also jede mentale vor allen Dingen wenn man sich immer mehr in der Meditation diesem völligen Loslösen zu bewegt denn die meisten wenn nicht alle Krankheiten entstehen aus Anhaftung an diese vergängliche Welt extreme Anhaftung bis zur Sucht auch mentale Anhaftung und so weiter sich identifizieren mit diesem vergänglichen mit diesem Irrsinn der hier geschieht wird man dann selber irre im Loslösen kann man diesen Irrsinn bekämpfen indem man sich seinem eigenen oder eigentlichen Wesen zuwendet nämlich ungeboren und erschaffen zeitlos ewig der Buddha der Buddha im Vergleich zum Buch des Lichts hat wie gesagt eine Lebensweise gelehrt die man so leben kann wenn man will wenn man sich dafür entscheidet und so weiter wenn man aber das erreicht hat ist man natürlich nicht mehr unbedingt meine lieben so interessiert vielleicht an der Lehre des Buchs des Lichts weil man ja im Buddhismus so ihn auch der erhabene Mahatera Dr. Georg Grimm beschreibt und richtig wieder zum Leben erweckt weil man da nur auf Loslösung bedacht ist natürlich auch unter anderem auf maßhaltendes anhaften aber doch immer verbunden meine Lieben mit dem höchsten Ziel des Buddha das er ja erlangt hat und von dem er sagt alle anderen können es auch erlangen und das ist eben Nirvana er hat der Buddha hat abgelehnt eigentlich über übersinnliche Dinge zu sprechen nicht weil er sie geleugnet hat dass das nicht gibt das stimmt nicht er hat ja sogar ganz klar hingewiesen auf Welten von physischen Körpern Dämonen Geistern Engeln Göttern die ganze Hierarchie ja aber er hat sich damit nicht zu sehr beschäftigt er hat nicht gesagt sie sind unerkennbar im Gegenteil sie sind ja erkennbar er hat sie auch nicht geleugnet aber er hat die Menschen befähigt durch Meditation wir haben unsere Seelenatmen Meditation sich direkt diesem Ziel zu nähern wenn sie es denn so wollen er hat auch nie gesagt dass die Monade nicht ewig ist aber er hat natürlich ewig definiert mit jenseits aller Dauer also eine Ewigkeit die ein Anfang hat und kein Ende so was gibt es nicht das ist auch die Lehre des Buchs des Lichts diese Ewigkeit diese zeitlose die wir sind da wollte der Buddha nicht dass man stundenlang darüber diskutiert sondern sich auch ans Werk macht sie zu erleben das tun wir auch hier aber viele Menschen diskutieren sich zu Tode so wie der Gelehrte im Faust der dann gesagt hat jetzt habe ich alles studiert und gelernt und weiß immer noch nichts das heißt man muss es empirisch erfahren das will der Buddha darauf will er uns verweisen dieses Nirvana diesen Urgrund muss man empirisch kann man empirisch erfahren man kann sagen dass Buddhas Lehre Hinduismus ist angewendet auf das praktische Leben des Menschen ja und der Mensch das sagt der Buddha ganz klar hat seine Bestimmung im Ewigen was er aber unter Ewigen versteht das erklärt er ganz klar und das erklärt auch das Buch des Lichts übrigens da ist man sich ganz klar einig nicht war etwas das anfangs und endlos ist wenn wir diesen Bereich verlassen und uns in die sich verändernde Materie stürzen empfinden wir das als vergänglich in dem Maße in dem wir uns mit der vergänglichen Materie identifizieren ja der Buddha hat natürlich gesagt ich lehne die äußeren Lehren zu sehr also von höheren Wahrheiten und so weiter ab sondern ich sage euch die Ursachen des irdischen Lebenswandels und die Läuterung durch den achtfachen Pfad also man kann sagen alle indische Weltanschauung einschließlich Buddhismus Lehre von dem geistigen von übergeordneten Welten wo der Mensch auch seine Existenz hat seine Anhaftung durch die Hüllen die siebenfältigen und an sich ist das auch enthalten vielleicht im größeren Detail vielleicht auch nicht im Buch des Lichts und je nachdem wie der Mensch geschaffen ist kann er sich das nun zu eigen machen oder nicht auch das Christentum meine Lieben die tieferen Grundlagen des Christentums haben diese Urweisheit in sich und darum ist das Buch des Lichts ja auch da um zu zeigen das Christentum und auch der Islam und so weiter haben in Essenz die Lehre des Buch des Lichts ja und dadurch fällt die Trennung weg und wenn wir das einmal haben dann oder uns dahin bewegen dann kann man sagen der Buddhismus und das Buch des Lichts bewegt sich in die gleiche Richtung auch für uns ist Nirvana das höchste gar keine Frage und wenn wir es denn wirklich als das höchste betrachten sollten wir nicht zu sehr anhängen den vergänglichen Seinsformen ganz zu schweigen davon dass wir nicht einen Guru anbeten sollen wie Törichte Theosophen das getan haben und der Lehre Blavatskis sehr geschadet haben damit ja man kann den Urgrund nicht anbeten nicht mal Brahman die Urmonade kann man anbeten das geht nicht ja die reagiert gar nicht darauf darum die etwas radikale Äußerung von mir manchmal ein Gott der angebetet werden will gehört auf die Psychiater Couch es gibt natürlich Wesenheiten auf dämonischen astralen ebnen niedrigeren ebnen auch die gerne die anbetung haben die sich dann hervortun und sagen ich bin Gott ich möchte dass du dies und das machst und das sind sogenannte Fop Geister und so weiter was es da alles gibt unter anderem gehören auch manchmal Stammesgötter dazu ich will nur andeuten für die Christen mag der Stammesgott die spirituelle Stammesquelle Jehova sein für die Muslime ist es der Stammesgott der Muslimen Allah aber das sind alles untergeordnete sagen wir mal Wesenheiten die natürlich der Supermonade entspringen oder durch die Supermonade den Urgrund verlassen haben und nun hier auf ihre speziellen Formen einwirken und dadurch natürlich das schlimme Karma auch mitteilen dass diese Formen denken das ist er ja Beispiel man muss ja immer ein Beispiel bringen sagt der erhabene Buddha ein Lehrer lehrt Mathematik so der ist doch aber nicht die Mathematik es kommt ein anderer Lehrer und lehrt ein anderes Fach in Mathematik und so weiter und so weiter das sind doch alles nur sozusagen Unterweitergeber wenn man so will die Lehre selbst ist doch dominant so könnte man das vergleichen zur Ehrenrettung wenn mir das denn überhaupt zusteht von Blavatsky kann man sagen dass sie in einer Zeit kam als man sehr im Materialismus verfangen war äußerlich materielles erkennen und so weiter aber sie wurde durch große Lehrer des Ostens wir nennen sie Meister in die Geheimnisse der Weisheitsforschung eingeweiht und die haben sich natürlich entsprechend oder so gut wie Blavatsky es verstehen konnte ausgedrückt und Blavatsky hat es weitergegeben oft ungenau falschen Übersetzungen und so weiter die Meister haben manchmal involviert also ist es man kann gewisse Dinge nur tun entsprechend seinem Karma das betrifft übrigens auch für die Meister und für die Schüler zu ein Meister kann dem Schüler nicht mehr geben als der Schüler empfangen kann aber es ist zumindest mal ein Versuch darum ja jetzt auch das alles vereinende Buch des Lichts viel zu früh natürlich aber bitte schön irgendwann muss man ja mal anfangen schauen wir uns mal die Form des Hinduismus Buddhismus Christentums an ja oder so Formeln die der modernen abendländischen Wissenschaft entlehnt sind hängt ganz davon ab wie man sie definiert der Meister sagt immer habe keine starre Dogmatik sondern gebe die Lehre weiter und weise darauf hin dass man da auch variieren kann entsprechend seinem Karma es dann aber auch verantworten muss ja ist es nicht im Sinne des Buchs des Lichts im Abendland die hinduistischen oder buddhistischen Formeln zu lehren in dem Sinne dass sie also starr sind man bietet ja da nur an ja wir zwingen auch niemanden übrigens etwas auf deshalb sind wir auch keine Sekte die Religionen sind Sekten dass der Islam im Augenblick schlimmer als das Christentum weil der Islam ja die Menschen zum Teil also dann sagt wer diese Religion wieder verlässt der muss getötet werden aber da schenken sich die Christen auch nichts die ja wenn wir in die Vergangenheit hineinblicken andere geköpft haben wenn sie nicht dem Christentum gefolgt sind zum Beispiel in den Kreuzzügen und so weiter das Buch des Lichts ist keine buddhistische Propaganda sondern es ist eine Hilfe um zum wahren Verständnis der Innenwelt zu gelangen völlig missverstanden wurde natürlich die buddhistische Lehre in dem Sinne dass man dem armen Buddha unterstellte dass er in der ursprünglichen Anathmanlehre ich habe es ja schon mal erwähnt aber jetzt nochmal von anderem Standpunkt aus gesehen gesagt dass es einen Wesenskern nicht gibt ja wenn es keinen Wesenskern gibt dann brauchen wir sich auch nicht zu bekümmern dann ist ja nach dem Leben aus und diesen Widerspruch haben viele Buddhisten erkannt und haben dann versucht daran rumzuwurschteln ja das ist wie wenn eine Kerze an der anderen entzündet wird diesen ganzen Unsinn meine Lieben ja das geschieht wenn man sich natürlich laut Voraussage des Buddha auch von der Lehre irgendwann abwendet dazu sind wir jetzt da dass wir mit dem Buch des Lichts auch die Lehre des Buddha wieder korrekt präsentieren und ganz im Sinne dann von Maha Thera Dr. Georg Krim wenn wir im Buch des Lichts den Begriff Atmen nehmen dann verweisen wir eigentlich auf die Monade ja und wenn die Monade einen höchst feinstofflichen Körper hat der also so feinstofflich ist dass man ihn mit den Sinnen gar nicht wahrnimmt dann könnte man sagen dass das dann ein Geistkörper ist der aber leider oder Gott sei Dank wie man will auch der Vergänglichkeit unterliegt meine Lieben die Mahatma Briefe zeigen ganz klar ich zitiere weder unsere Philosophie noch wir selbst glauben an Gott am wenigsten an einen dessen Pronomen ein großes E erfordert wir leugnen Gott sowohl als Philosophen als auch als Buddhisten sagen die Meister wir wissen jetzt kommt man ihm ganz wichtig deshalb das Buch des Lichts dass es planetare und andere geistige Wesen gibt damit meint der Meister natürlich die gesamte Hierarchie Ehre seit dem Buch des Lichts von der Supermonade ausgehen bis runter im Baum des Lebens in die tiefste materielle Ebene und so weiter darum schreibt der Meister wir wissen dass es planetare und andere geistige Wesen gibt und wir wissen dass es in unserem System kein solches Ding wie Gott gibt weder einen persönlichen noch einen unpersönlichen damit meinen sie ganz klar dass es eben keinen außer kosmischen Gott gibt der die ganze Zeit allein rumläuft und sagt jetzt werde ich mal etwas erschaffen und dann schafft er es und macht das Erschaffene verantwortlich dafür wie es geworden ist das ist alles Unsinn das ist meine Lieben Gotteslästerung und in dem Sinne verteidigt das Buch des Lichts Gott oder die Supermonade oder die Lehre wie man will die Meister erwähnen auch dass Barabrahman kein Gott ist sondern das absolute unveränderliche Gesetz nicht wahr von Karma und Reinkarnation dieses Gesetz wenn man so will lauert bereits im Urgrund ja und dort lauert übrigens auch der Wille zum Leben in den unerlösten Monaden und das Gesetz tritt in Kraft sobald die Supermonade den Sturz in die Tiefe beginnt auch getrieben von Verlangen keine Frage und damit das ganze Universum ins Sein bringt indem es zunächst mal die Urmaterie einteilt wie wir wissen vom Buch des Lieds in sieben Fächern in sieben Fächern oder sieben Ebenen in sieben mal sieben dann kommen die entsprechenden anderen Wesenheiten in der Hierarchie etwas niedriger aber auch immer noch geistig und so weiter und so weiter und setzen ihren Lebenslauf kann man sagen ihren Seinslauf fort in der Materie nachdem sie ja 311 Billionen 40 Milliarden Jahre geruht haben das ganze geht dann wieder von vorn los wenn das Buch des Lichts und auch die Meister wurde von Johann wirklich also emphasized also betont wenn wir die Ausdrücke Gott und Götter verwenden dann sicherlich nicht im theistischen Sinne sondern eben nur als Bezeichnung einer Wesenheit von der Höchsten bis zur Niedersten die in Manifestation ist einer monadischen Wesenheit das Buch des Lichts lehrt meine Lieben es gibt entwickelte Wesen die überragen den Menschen so weit dass aufgrund dieser hohen Bewusstseinsstufe wir sie für Götter halten ja die Unwissenden vielleicht wir nicht mehr natürlich haben wir Respekt vor diesem Wesen aber ganz wichtig meine Lieben wenn man euch befragt nach diesem Wesen die waren einmal Menschen die gehörten oder gehören zu einer höheren jetzt für den Menschen noch unbegreifenden Stufe der Evolution und wir wissen meine Lieben es gibt an sich nur eine moralisch geistige Evolution die Form verändert sich immer passt sich dem evolutionären Bewusstseinszustand der Monade an wer also sich nur der physischen und materiellen Seite der Evolution zuwendet der bleibt da stecken und für den wird es immer schlimmer ja diese hohen Wesenheiten so lehrt das Buch des Lichts haben mit der Ordnung von Welten und Sphären also Locas und Thalas und so weiter zu tun die Meister auch das Buch des Lichts natürlich beschreiben sie als Duan Schohans Herren der Kontemplation ja gibt auch andere Namen es ist hier gelehrt die Existenz einer Hierarchie von intelligenten Wesen meine Lieben wenn ich zur Schule gehe habe ich in einem Schul eine ganze Schule von Erstklässlern bis zu Abituenten alle da und die Lehrer noch das ist doch eine Hierarchie ja in manchen buddhistischen Sutren gibt es da Abweichungen aber Buch des Lichts bedingt keine Abweichung von der Lehre wie in manchen diesen Sutren zu finden ist na gut das wollen wir mal dahingestellt sein lassen wir kritisieren hier nicht den erhabenen Buddha natürlich niemals was ist mit diesem Ausdruck Duan Schohan meine Lieben der kommt in den exoterischen also äußeren buddhistischen Sutren nicht vor aber wir finden dort und ich muss das sagen weil viele Buddhisten sagen sowas gibt es nicht wir haben keinen Dürren Schohan wir haben keinen Mahat Schohan wir haben überhaupt keinen Schohan stimmt nicht es gibt andere Ausdrücke die können gleichbedeutend sein ja ich zitiere mal den Brief des Meisters Mahatma Briefe Nummer 16 Seite 100 da schreibt er der Devachan oder das Land von Sukhavati da sind schon wieder zwei Begriffe Devachan Himmelsebene Buch des Lichts und es haben was buddhistisches Sukhavati wurde von unserem Herrn selbst dem Buddha allegorisch beschrieben seine Worte können im Shan Mun Jitong gefunden werden also spricht der Tathagata ihr wisst was das bedeutet der dahingegangene oder dorthingegangene Richtung Nirvana er spricht er spricht viele tausend myriarden von Weltensystemen jenseits des unseren gibt es eine Region der Wonne und der Seligkeit genannt Sukhavati diese Region ist umgeben von sieben Reihen von Zäunen sieben Reihen riesiger Vorhänge sieben Reihen von sich wiegenden Bäumen diese heilige Wohnstadt von Arhats wird von den Tathagatas in Klammern jetzt Dürren Schohans regiert und ist im Besitz der Bodhisattvas es hat sieben kostbare Seen in deren Mitte kristallene Wasser mit sieben und einer Eigenschaft oder kennzeichnenden Qualitäten fließen die sieben Prinzipien eben die aus dem einen entspringen lehrt das Buch des Lichts dies o Sariputta oder Sariputra sagt der Buddha ist der Deva Chan ihr wisst ja Sanskrit Deva Engel Chan Abod oder Ebene ja Deva Chan die Ebene der Engel seine göttliche Udambara Blume senkt eine Wurzel in den Schatten einer jeden Erde und blüht für alle jene die sie erreichen diejenigen welche in diesem gesegneten Bereich geboren werden sind wahrhaft glücklich für sie gibt es in diesem Zyklus keinen Kummer und keine Sorgen mehr meine Lieben ich muss sie unterbrechen das besagt auch ganz klar dass diese wunderbare Ebene die auch im Koran beschrieben wird allerdings völlig falsch verstanden indem man plötzlich sagt da fließen Flüsse aus Wein aber auf Erden den Alkoholkonsum verbieten da geht die Fantasie wieder mit einem durch auch warten liebe Muslime auf diesen Ebenen auch keine 72 Jungfrauen die jemanden beglücken der andere in die Luft sprengt und sich selbst so funktioniert die kosmische Maschine nicht ja also für diesen Zyklus steht auch sagt auch der erhabene Buddha gibt es keinen Kummer und keine Sorgen mehr aber auch hier meine Lieben sage ich und lehrt das Buch des Lichts und natürlich auch der erhabene Buddha ist Vergänglichkeit die Buddha die Buddha sagt ganz klar dass jemand auch fallen kann aus diesen Ebenen das ist möglich ist möglich ja wir lesen weiter myriaden 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 geistern haben hier zuflucht und ruhe gefunden und kehren dann in ihre eigenen gebiete zurück steht ganz klar im Mahatma Brief Ferner wird da zitiert Osariputra sind viele welche in diesem Lande der Freude geboren werden Entschuldigung Tölpelhafte Lanu hat das nicht mehr genau im Gedächtnis Avayvartyas ja das sind befreite befreite meine Lieben seid ihr befreit ich bin es noch nicht aber gern würde ich in diese Ebene zu diesem Land zu diesem Devachan gehen und ich besinge es ja auch in einem Lied Devachan oh 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 Devachan und so weiter ja wir haben das die mentale Manners Verbindung in uns wenn wir meditieren alles loslassen dann vielleicht nach einigen Problemen kommen wir in Verbindung mit dieser Devachan Ebene wenn ich den selben Brief mir anschaue da heißt es alles in der Natur ist so harmonisch aufeinander abgestimmt besonders in der subjektiven hier ist hiermit ist also die geistige Welt jetzt gemeint Welt dass die Tathagatas oder Dhyan Chohans welche die Impulse leiten niemals einen Fehler begehen können die Elemente meine Lieben die ganzen kosmischen Impulse die wir bekommen und so weiter und so weiter sind Dinge von den Dhyan Chohans sie können keinen Fehler im Rahmen ihres Karma begehen aber sie geben Impulse weil sie überhaupt manifestiert sind inkarniert sind das ist auch ein Verlangenszustand nach der höchsten Lehre jetzt da erscheint ja auch Brahman dem Buddha und sagt warum willst du die Lehre nicht weitergeben auch ich hafte zwar an aber gebe diese Lehre weiter naja ich habe in dem Brief auf Seite 108 jede solche Welt innerhalb der Sphäre der Wirkungen hat einen Tathagata oder Dhyan Chohan welcher sie beschützt und über sie wacht und jetzt kommt es mein Lieben ganz wichtiger Nebensatz ohne sie jedoch zu stören die Chohans entmündigen uns nicht dahingehend dass wir gar nicht unser Karma ausleben können wir können müssen dürfen sollen wir können gar nicht entkommen unser Karma ausleben unter dem Schützenden dachte er die an Chohans ja ein Lehrer kann in der Schule ein Schüler was lehren und sagen das ist so und so wenn der Schüler die Hausaufgaben nicht macht oder sich dafür nicht interessiert ist es seine Sache er wird der Lehre dann nicht kundig wenn ich jemand sage soll bei Rot nicht über die Straße gehen immer ganz einfache Beispiele und er tut es doch irgendwann erwischt es ihn dann vielleicht ja meine Lieben das Buch des Lichts setzt die Dhyan Chohans mit den Tathagatas gleich deshalb war der Buddha auch ein Dhyan Chohan als Tathagata aber die sind kein Gott im theistischen Sinne ja und im Sprachgebrauch des Buchs des Lichts wird auch der Begriff Parabrahman natürlich nicht theistisch verstanden als ob da ein unsichtbarer Mann ist der die ganze Welt erschaffen hat und einen Sohn hat der auf dem Wasser läuft ich bitte euch meine Lieben ja ein bisschen Humor muss auch sein ist nun Sukhavati dasselbe wie das Buddha-Land ja da haben wir wir berühren Ebenen der höchsten Wirklichkeit meine Lieben im Buch des Lichts sagt dass die dass unsere Lehre Svabhava lehrt das ist ein substanzieller Charakter während der Buddhismus also zunächst mal zumindest mal der Orientalisten Svabhava Sunyata lehrt dass alle Dinge ihrem Wesen nach leer sind und da kommt gleich die ich kann es nicht anders ausdrücken Vergewaltigung der Lehre des Buddha wenn ich in meinem Inneren mit ich ich spreche jetzt mal als ich dem physischen Körper an oder meinetwegen alle Hüllen wenn da sonst nichts ist ja dann besteht keine Hoffnung dann ist nach Zerstörung der Hüllen alles aus was reinkarniert denn da noch ja gibt es doch gar nicht und wenn wie jemand wie manche Buddhisten und viele meinen es ja die Hüllen sind die reinkarnieren warum soll ich mich denn da lösen beziehungsweise wer ist es denn wer sich von den Hüllen löst man ist gefangen im Hamsterrad dieser falschen Lehre meine Lieben ja und darum ist es für sogar für viele Theosophen der vielleicht dunkelste und schwierigste Gegenstand zwischen dem falschen Buddhismus und eben dieser Lehre dafür haben wir ja das Buch des Lichts meine Lieben dass wir zu einer klaren Vorstellung gelangen ich merke zunächst einmal an dass es zwar Übereinstimmung unter buddhistischen Lehren gibt von Anatman aber das falsch verstanden wird im Sinne in Bezug auf die höchste Wirklichkeit das darf man nicht vergessen und dieses Anatman Problem schleicht sich natürlich durch den gesamten Buddhismus und das ist ein Problem ja diese Sachen zu vereinen meine Lieben wir haben einen sogenannten primitiven Buddhismus primitiv in dem Sinne nicht negativ gesagt der Mensch ist übrigens meine Lieben so lehrt das Buch des Lichts das primitivste Wesen auf Erden primitiv ist hier gemeint das älteste Wesen auf Erden nichts war vor dem Menschen wer es zu fassen vermag der Fasse ist wir stellen die gesamte Lehre der jetzigen orthodoxen Wissenschaft auf den Kopf bestimmungsweise wir sagen die steht auf den Kopf wir stellen sie wieder wieder auf die Beine man sagt dass der Buddha öffentlich eine praktische oder ethische Lehre verbreitete und über metaphysische Fragen stillschweigen bewahrte warum weil eine Diskussion hierfür nur verwirrend vielleicht wäre und den Lösungsprozess beeinflussen würde na gut Buch des Lichts lehrt aber dass er der erhabene Buddha Gautama Shakyamuni an befähigte Schüler weitergehende Lehren erteilte und da gibt es in der Tat Vertreter des Mahajana die für sich in Anspruch nehmen dass sie ihre metaphysischen Lehren davon herleiten aber da haben sie auch wieder nur ein Halb genommen und ein Drittel und wieder selber was dazu und ein Viertel und ein Fünftel und wieder zusammengemischt und das Resultat ist dieser man kann es ja sagen kranke Buddhismus der hier herrschte bis dann Mahatera Dr. Georg Krim die Sache richtig stellte ja der materialist der materialistische Realismus des Hinayana und das Buch des Lichts sind nicht so sehr vereinbar ja aber wenn wir umfassend das Buch des Lichts studieren auch die Lehre des Buddha betreffend dann sehen wir dass für beide Sichtweisen für die Hinayana und Buch des Lichts Platz ist natürlich kann ich das hier nur andeuten da muss man sich mit befassen hat nichts mit Nihilismus zu tun meine Lieben viele Buddhisten von heute haben den Buddhismus in Nihilismus verwandelt indem sie sagen da ist nichts sagen sie dass die Wesenheit dann zerstört ist dann brauchen wir gar keine Lehren da brauchen wir keine Disziplin und so weiter wenn wir nach dem Tod sowieso weg sind macht keinen Sinn ja und wir wissen vom Buch des Lichts und auch von Marthera Dr. Georg Krim wie dann die viele Buddhisten Versuche sich der Sache so ein bisschen anzuschleichen indem sie dann doch vielleicht eine Wesenheit postulieren macht alles keinen Sinn ja lass los wer ist es der Loslässt na der die Wesenheit die umgeben ist von den Hüllen ihnen anhaftet mehr oder weniger und so weiter und da kann man wieder sagen wenn wir uns also die Mathiamiker Lehre ansehen dass wir dann wieder die Ansichten Schopenhauers erkennen der den Willen sozusagen als Fundament sieht während der Buddha einen Schritt weiter geht und sagt nein mein Freund du hast einen Willen du kannst ihn setzen oder nicht ja und du kannst in der Tat mit dem Willen den Willen überwinden wer es zu fassen vermag meine Lieben der fasse es Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung ist Nirvana das kann man meditativ verstehen und natürlich ist wenn ich hier jetzt spreche meine Lieben ist das natürlich auch die mentale Brücke zu diesem Erlebnis wenn wir im Buch des Lichts sagen unsterblich dann meinen wir auch die manifestierte Welt in ihrer veränderlichen Erscheinung aber die immer wieder kommt und geht kommt und geht kommt und geht wir wollen keine Angst zu haben wie manche sich vor dem Buddhismus fürchten und sagen ja um Gottes Willen da gibt es ja keine Menschen näher der Buddha hat sich nie darum gekümmert ob seine Lehre nun von allen angenommen wird er hat nur gesagt da ist es ich sage euch dort liegt Rom keine Menschen die waren nie in Rom und werden noch nie da sein na und ändert das was daran dass Rom da ist denkt mal dran darüber nach diesem Vergleich ja es gibt also wenn wir ganz tief gehen zwischen der Madhyamika Schule und dem Buch das liest keine Unstimmigkeit da gibt es dann so viele Begriffe die man benutzt und was tut man man verrennt sich immer mehr in Definition anstatt zu sagen entscheide doch was du nicht bist alles Erkennbare bist du nicht was erkennt denn alles Erkennbare na du die wahre Wesenheit wenn du Nirvana erlangt hast kannst du nicht mehr ich sagen du bist ja nicht mehr umgeben von den Hüllen sobald du aber aus Nirvana zurückkommst sei es aus Mitleid mit einer leidenden Welt oder sowieso im Meditationsvorgang der Buddha während seiner Lebenszeit hat ja viele Male in Nirvana erlangt und in Nirvana sagt man nicht ich aber wenn er aus Nirvana zurückkommt benutzt er wieder die Hüllen die dort meditativ warten wenn man so will um ich zu sagen meine lieben das ist höchstes wissen ja welches zur Loslösung führt oder zur vernünftigen Anhaftung zwischendrin stolpern wir fallen wir rappeln uns wieder auf ja so ist das nun mal Jahrtausende Jahr Millionen Jahre vielleicht sind wir in die anhaftende Richtung gewandelt da soll das von einem auf dem anderen Mal wieder klappen ich bitte euch ja das Buch des Lichts lehrt auch die höchste Wirklichkeit das eine Leben zeitlos ewig unsichtbar allgegenwärtig ohne Anfang und Ende hervorbrechend immer wieder aus dem Urgrund darum periodisch in diesen Manifestationen periodisch meine Lieben ja es ist eine selbst existierende Realität unerschaffen und meine Lieben wenn man die lieben Muslime fragt wer hat euren Allah erschaffen ich sag es immer wieder dann sagen die ja niemand der war immer da wenn man die lieben Christen fragt wer hat euren Gott erschaffen dann sagen die ja niemand der war immer da dasselbe behaupten wir von allem alles ist unerschaffen und interagiert periodisch wer es zu fassen vermag der fassen ist wenn das Buch des Lichts Parabrahman lehrt eine Situation die ich auch besinge dann ist das eben eine Realität ein absolutes ein Feld des absoluten Bewusstseins die Wesenheit welche dann mit dem bedingten Dasein nichts mehr zu tun hat darum ist es ein Feld des absoluten Bewusstseins welches aber mit dem Bewusstsein hier in den Ebenen sei es Hölle Erde und dem nichts zu tun hat ja und wenn man dann wieder den Sturz in die Tiefe wagt dann kommt wieder Dualität Subjekt Objekt natürlich sagen viele ja auch Nirvana ist Anatha ist ein Objekt ja aber dieses Objekt wenn man so will diese Situation dieser Urgrund unterliegt nicht der Veränderung wie die Materie mit der man sich umgibt ist der einzige Unterschied ja ganz hohe Wesenheiten herrschen souverän über die Materie gar kein Problem gehen rein und raus rein und raus wie sie es brauchen bitte geht auch aber dazu müssten sie ja erstmal Nirvana erlangen um das bewusst tun zu können versteht ihr was ich meine ich habe Kenntnis von einer Tendai Sekte oder Kegon Sekte das ist die Vorstellung dieser Sekte dass das Absolute das nennen die Butatatata Butatatata oder die höchste Idee sagen die dass grundlegende Wesen allen Lebens ist aber meine Lieben meine Lieben wenn ich etwas das unerkennbar ist beschreibe dann begehe ich doch schon einen Fehler ich kann ja nicht mal sagen dass das höchste Nirvana ist denn Nirvana ist auch nicht das Selbst versteht ihr was ich meine und weil das vom Buddha so radikal erkannt wurde ist das natürlich kaum etwas für irgendjemand es sei denn er macht sich auf dem Weg meditativ ja ja trotzdem ist die Tendai und Kegon Sekte die Sekten sind im Grunde wenn sie das absolute meinen ist nicht so weit entfernt von dem was wir davon sagen nämlich aber es unterscheidet sich verboten nicht wir sagen man kann es nicht beschreiben wenn ich etwas nicht beschreiben kann heißt es denn dass es nicht da ist wohl kaum für das Mahayana ist die Lehre von Shunyata besonders ausgeprägt die Lehre auch es ist ja die Lehre von der Lehre also die Lehre mit E H von der Lehre mit 2 E und die alles bezieht sich da immer auf den Urgrund meine lieben wie ist es dort wer es wagt das zu sagen der hat es nicht verstanden ja dann wissen wir es doch nie doch Seelenatemmeditation das vollkommene lehrt das Buch des Lichts ist der unmanifestierte Zustand eine zugrunde liegende Einheit die Quintessenz allen Seins und und wenn man das verlässt kommt Differenz kommt Dualität der man anhaftet unter der man leidet schaut man hier heute nur die Trennung in Geschlechter Mann und Frau was da los ist kein Wunder dass man Kampf der Geschlechter nennt ja wenn wir dann den Urgrund verlassen und alle anderen wahrnehmen die ihn auch verlassen haben meine lieben dann sagen wir Universum da sehen wir Trennung und so weiter die eigentlich auch da nicht stattfindet weil wir ja feinststofflich mit Urmaterie verbunden sind wenn wir aber jetzt uns bewusstseins mäßig mit der Feststofflichkeit identifizieren kommt eine Mauer diese Mauer ist der Körper und in der Meditation kann man diese Mauer überschreiten wenn man das nicht pflegt und immer wieder praktiziert dann fällt man halt immer wieder in die Illusion der Dualität meine lieben absolutes sein ist außerhalb der Reichweite der Wahrnehmung es muss also noch etwas anderes geben als Wahrnehmung denn Nirvana ist vorsichtig ausgedrückt von hier die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung ja was ist es dann Seelenarten Meditation führt uns dahin und die Lehre und das nennt man dann eben in buddhistischen Schulen auch schon ja oder Lehre ja Lehre im Vergleich zu hier ja weil es eben keine feste oder begrenzte Wesenheit ist sondern es ist ein ständiges Werden entspringt ja diesem Urgrund ja darum können wir es auch Fülle nennen mit Vorsicht Pleroma ja Aschunia das Seinde denn wir sind dort Subjekt in dem Sinne dass wir von allem befreit sind darum ist diese Äußerung von mir jetzt wiederum falsch Subjekt sind wir wenn wir den Urgrund verlassen und uns mit etwas umgeben dann sind wir Subjekt von einem Objekt umgeben unser Objekt ist der Körper mit diesem Objekt erkennen wir andere Objekte und so weiter und so fort ja mit diesem Objekt erkennen sich die hierarchischen Wesenheiten sei es hoch mittel oder niedrig und interagieren und das sehen wir dann was im Kosmos also alles passiert und was so alles explodiert und entsteht und vergeht und so weiter ja also von daher gesehen kann die Lehre des Nirvana auch als Fülle gesehen werden guckt nur darauf an auf die Perspektive und eine Negation ist ja nur nicht das Negieren einer Wesenheit überhaupt sondern nur das Negieren der Anhaftung also man haftet nicht mehr an am Vergänglichen wenn man das denn will ja ist kein Widerspruch ein scheinbarer Widerspruch dieser scheinbare Widerspruch meine Lieben leitet sich ab aus den Sutras welche zum Beispiel die Shunyata Lehre hat mit Betonung auf Ausschließlichkeit ja und da kommt wieder das Mahayana herein welches die Lehre des Buddhas ich muss sagen vergewaltigt hat und die Wesenheit dem Ganzen entzog also das Subjekt dem Objekt entziehend und sagend es gibt nur ein Objekt ja wenn es das nur gibt gibt es auch keinen der sich davon lösen kann muss ja immer schön real bleiben und bitte das ist ja das meine Lieben was wir sagen können was wir vielen voraus haben ohne stolz zu wirken wir mit dem Buch des Lichts wir bleiben mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität da stehen wir ja hier bin ich und kann nicht anders wir uns genügt der Körper als Konterpunkt oder Kontrapunkt für das Ewige wir das zeitlos Ewige erleben den Körper bei den meisten leidvoll weil wir eben das zeitlos Ewige getrieben von Nichtwissen und Unwissenheit dieser vergänglichen Struktur und allen anderen vergänglichen Strukturen die uns umgeben anhaften so kommt das Leid der Buddha hat uns befreit davon das Buch des Lichts befreit uns auch davon also hatte der Buddha eine geheime Lehre selbstverständlich einige Sekten bestreiten dies die exoterischen Hinayanas bestreiten das stimmt aber nicht gut können wir sagen man findet dann seltsamerweise in den Mahayana Schulen ich habe es bereits gesagt eine esoterische Tradition die also diese ganzen Ebenen wie jetzt in vollkommenster Weise beschrieben im Buch des Lichts beschreiben und sagen durch diese Ebenen kommst du ins Sein und durch diese Ebenen da gehst du wieder hin nach dem Abstoßen der verschiedenen Hüllen kommt immer die entsprechende Ebene ja also der Buddha lehrte eine Geheimlehre und zwar die Lehre des Buchs des Lichts aber nur wenigen ja daraus ist aber nicht das Buch des Lichts entstanden umgekehrt Buddha hatte Access zu Akasha Chronik da hat er diese Dinge erhalten er war ja dann auch ein Dürenschwan oder entwickelte sich dahin ja mehr will ich dazu jetzt nicht sagen aber er hat halt diese Lehre nicht total präsentiert das machen wir hier im Buch des Lichts das machen wir hier und das sind ja alles vergängliche Phänomene im Himmel auf Erden in der Hölle meine Lieben das muss man mal sagen ja und von daher gesehen hat der Buddha ihnen nicht große Bedeutung beigemessen weil er gesagt hat lasst doch los sagt er ja und wer loslassen will der möge das wirklich tun meine Lieben ich sage euch etwas es gibt keine Wunder es gibt nichts und es existiert nichts was nicht durch den Verstand wahrgenommen werden kann und wenn Leute durch einen Verstand also Manas Rupa etwas nicht wahrnehmen können also durch ihren Verstandskörper durch ihren mentalen Körper dann liegt das nur daran dass der eben nicht entsprechend entwickelt ist so ist das ja es gibt Menschen die haben vor allen Dingen die Meister ungestörten Zugang zu allen Ebenen ist ja schon der Einweihungsvorgang Hölle Erde und Himmel ja also da gibt es genügend Beweise die auch wenn man sich die Mahatma Briefe durchliest und so weiter das wird einem eigentlich ganz klar oder wenn man meditativ in sich geht ja natürlich natürlich gab es dann Probleme in der armen Madame Blabatsky ja die ihre ihre Schwäche oder ihre Schwäche wurde in Verbindung gebracht mit der Schwäche der Lehre das ist ein völliger Unsinn ja wenn ich jemand habe der im Rollstuhl sitzt und mir beschreibt wie ich nach Rom komme um das Beispiel mal wieder zu wiederholen dann ist das deshalb doch nicht falsch wenn er mir noch sagt ich war auch mal in Rom ich sitze zwar jetzt hier im Rollstuhl oder gehe an Krücken aber ich kann dir sagen wie du nach Rom kommst ja und diese arme Frau ja die hat zehn Jahre oder länger auf drei Kontinenten große Mühe Zeit Geld Gesundheit gebraucht ja und das nur um andere zu täuschen ach ich bitte euch ja und da wollten sie ein 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 Motiv anhängen und gesagt ja das mag es nicht sein aber es ist was anderes ja damit diese Verleumder wie zum Beispiel Mr. Hodgson und so weiter ja ihre Schlussfolgerungen glaubhaft machen konnten haben sie gesagt ja das war eben eine der vollendetsten geistreichsten und interessantesten Hochstaplerinnen der Geschichte ja man muss schon sehr hochstaplerisch selber sein um so eine Äußerung machen zu können sie sagen sie war eine russische Spionin und die Absicht war die britische Herrschaft Indien zu untergraben ja wäre es ihr doch nur gelungen meine Lieben ja diese britische Perversion die armen Inder hat man alkoholsüchtig gemacht die Verbrecher der Krone sage ich immer der Mutter der Königin und so weiter dann auch heute selben Verbrechen ja das sind Sklavenhalter die haben und das Buch das liest beweist das auch die Chinesen Opium süchtig gemacht und so weiter schlimm 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 meine Lieben hätte sie es doch nur geschafft die britische Herrschaft in Indien zu untergraben hätte ich ihr ja noch eine Extraseite gewidmet ja man fragt sich auch meine Lieben Lieben ob die Autoren der Mahatma Briefe die ja laut Aussage der Mahatma Briefe Buddhisten waren nicht Material aus anderen Quellen haben welche Orientalisten nicht zugänglich sind naja man übersetzt da ein Beispiel aus einem Brief eine Paraphrase ich glaube es ist Samuel Beals Katena of Buddhist Scriptures da will der andeuten damit dass es sich bei den Briefen um eine Erfindung oder ein Schwindel handelt meine Lieben ja wir können das von Buddha nicht so erkennen das Buch weist ganz klar darauf hin dass diese Lehre angedeutet in ihrer Richtigkeit schon an verschiedenen Stellen des Kontinents der Erde gesamten Planeten von unterschiedlichen Personen die sich nie selbst gesehen haben verkündet wird das weist ganz klar hin auf eine Quelle auf eine und dieselbe Quelle ja die Meister sprechen aus ihrem eigenen Wissensschatz die brauchen nicht zu rezitieren und zu kopieren ja außerdem waren die Meisterbriefe meine Lieben für Einzelpersonen gedacht die waren gar nicht für die Veröffentlichung gedacht könnte man sagen wussten die denn nicht dass das irgendwann veröffentlicht wird ja dazu muss man wieder in duhan-schohanischer Definition sagen die duhan-schohans leiten aber auf das Karma derer die sie leiten können sie nur begrenzt Einfluss haben und sie nehmen das dann in Kauf Kritiker schreiben über die Mahatma Briefe dass der allgemeine Eindruck von den Briefen ist dass sie geschwätzig und polemisch sind und mit ein bisschen Philosophie die in hundert anderen exoterischen Büchern besser dargestellt wurde meine Lieben ich sage immer wer die Bibel wörtlich nimmt der hat ein ganz armseliges Märchenbuch da da haben nun große Weise also auch christliche Weise sagen ja wenn ihr meint dass die Bibel die Wahrheit ist ja und ihr das wörtlich nehmt da unterschätzt wir aber unsere schriftstallischen Fähigkeiten ja naja das Buch des Lichts sagt man muss Eindruck gegen Eindruck stellen und wir lehren die Briefe enthüllen Intelligenzen und deren Wissen das durch Umfang und Tiefe von nichts übertroffen wird was wir im Bereich der Literatur kennen diese Leute die Meister manifestierte Jörn Johans sind uns so voraus wie ein Mensch einer Küchenschabe ich kann es mal so sagen ja da handelt es sich um selbstloses Mitgefühl Geduld so wie wir ja auch mit Küchenschaben vielleicht Geduld haben ich weiß nicht oder sagen wir mal jetzt was anderes mit Haustieren ja die in der Wohnung plötzlich sich entleeren naja wir können den Hund nicht totschlagen sondern sagen gut das ist verständlich das ist ein Tier und so weiter nur mal als Beispiel jetzt ja wir sind Tiere im Vergleich zum Bewusstsein der Meister sogar monadisch kann man fast sagen gesehen ja obwohl man diesen Ausspruch mit Bedacht mit Begrenzung sehen muss natürlich sind die Briefe fragmentarisch aber ich habe hier die Gründe bereits erklärt und erwähnt die die haben ja zum Teil zu tun mit intimen persönlichen Problemen Empfänger und Verfasser betreffend da ist man geduldig da werden Gedanken immer wieder und wieder gekaut damit man den Adressaten überzeugt nicht um ihn zu nötigen ja diese Briefe sind unerschöpfliche Quelle von Wissen und Weisheit für mich wertvoller als alle Vedanta und buddhistische Literatur wenn exoterisch gesehen ja natürlich gebraucht man meine Lieben oder hat man unterschiedlichen Gebrauch von Begriffen Buch des Lichts im Unterschied zu Buddhismus aber das hat nichts zu tun mit der Authentizität des Buchs des Lichts akzeptieren wir mal dass das Buch des Lichts aus einer aus einem Urwissen entstanden ist beständig esoterische Weisheitslehre identisch unter anderem mit der verborgenen Lehre des Gottes Mabuddha und dann ist die Tatsache oder die Möglichkeit dass grundlegende Begriffe anders interpretiert werden überhaupt nicht überraschend sondern man kann es so erwarten ja also man muss sehen dass da Briefe gewechselt wurden Kritikern des Buddhismus und Anhängern ja aber man muss sagen dass die esoterische Seite des Mahajana Buddhismus enthüllt etwas und die Lehre des Buchs des Lichts beides nicht so widersprüchlich wenn man sich dem Kern zuwendet oder der Kernbedeutung und das kann eigentlich nur meine Lieben jetzt kommt's ein Eingeweihter voll verstehen bin ich ein Eingeweihter nein irgendwann einmal vielleicht ich hoffe und darum kam mir das Buch des Lichts um diese letzte Hürde wegzunehmen und uns alle der Einweihung zuzuführen wenn wir es denn so wollen ja wie kann man sich ein Urteil bilden wir haben viele Mahajana Schulen chinesisch japanisch tibetanisch oder tibetisch riesenkanon Buch des Lichts gibt nicht eine Darstellung nur all dessen ja natürlich gibt es Sutren in den die ein anderes Bild des Buddhismus zeichnen wir wissen auch warum wie kann man sich entscheiden tja meine Lieben diese Entscheidung nimmt dir keiner ab man befasst sich mit dem Buch des Lichts und entscheidet dann wir sind ja keine Sekte die zwingt so wie andere ja die dann sagen wenn du unsere Religion verlässt dann passiert dir diese oder das oder du musst erst mal zum Beispiel bei Facebook wollen die wissen wenn du Facebook verlässt ja warum eigentlich und was ist was kann man machen was interessiert die das ja ganz interessant das hat auch Sektencharakter meine Lieben damit haben wir nichts zu tun wir sind ein Haus mit offenen Türen und Fenstern eigentlich kann man sagen ohne Türen und Fenster bei uns zieht es ganz schön aber man kann kommen und gehen nun sagt man dass die hinduistische und buddhistische Terminologie verstümmelt und durcheinander geworfen wird und es wird dann zu einem Labyrinth von Begriffen die man schlecht verdaut ja das kann sein aber das hat ja nichts mit uns zu tun ja wir beschreiben die verborgene Seite des Ganzen und die deckt sich dann mit der verborgenen Seite der Lehre des Erhabenen Gottema Buddha Shakyamuni große Religionen Philosophien Wissenschaften werden vereint im Buch des Lichts ja diese verschiedenen Terminologien und Betrachtungsweisen und so weiter werden da vereint das Buch des Lichts strebt nach einer Integration ja und diese Vereinigung des Wissens wird verursachen eine Vereinigung der Religionen und dann eine Vereinigung der Menschen überhaupt sie werden sich nicht mehr streiten aber wir wollen mal kurz auf den Ursprung zurückkommen es gab einst eine Lehre als der Mensch immer tiefer in die Materialität fiel verzweigte sich diese Lehre in die Religionen von heute und jetzt wo wir wieder auf den aufsteigenden Ast geistigen oder auf den aufsteigenden Bogen zur geistigen Quelle sind ist die Zeit gekommen von Glaubenden zu Wissenden zu werden und die Religion wieder zu vereinen manche sagen warum verwendet das Buch des Lichts so viele Worte für denselben Gegenstand ja und der reine Pfad sozusagen wird nicht so erwähnt ja wenn man alle Bände liest dann weiß man schon dem ist nicht ganz so ja muss man schon sich richtig damit befassen und dann sieht man dass eigentlich das gesamte Buch des Lichts nichts anderes als Nirvana lehrt ist halt halb verhüllt für den der da noch nur so darüber hinweg geht und meint ich hab's einmal gelesen vielen Dank so funktioniert das nicht ja es bleibt uns erspart meine Lieben viele Jahre lang zu meditieren am Stück wir können bereits jetzt einen obwohl auf Meditation begründeten regelmäßiger Meditation Pfad wandeln dessen Brücke aus Manas Materie besteht aus Gedanken Materie wir können mental diese Ebenen berühren die wir jetzt mit anderen Entschuldigung Sinnen noch nicht wahrnehmen das ist die Aufgabe des Buchs des Lichts wenn andere sprechen von Erzengeln ja dann reden wir auch von Elohim Kumara Dyanjohan Dyanibutta Ahi Tathagata und so weiter ist an sich immer dasselbe es das sagt B B B B B